Halt dich schön fest. Bravo! Bravo! Röpselchen, bist du sehr betrunken? Ja. Du kannst gar nicht mehr stehen, dann musst du auf allen Kieren laufen, siehst du? Willst du noch mehr Alkohol? Ja. Musst du tanzen jetzt, jetzt musst du tanzen. Tanz mal. Tanze, tanzen. Noch mehr Schnaps? Möchtest du noch Schnaps haben? Ja. Sehr lecker, der Schnaps. Willst du ein Grappa haben? Ein Honig Grappa. Papa. Ja, ist Papa. Ist Papa, weil es auch so schön rosa ist. Kennst du das bei Stefan Raab, wo die so, wo der immer so komische Mädels hat, die sich da vorstellen, die da so... Ich hab das noch nicht gesehen, nur gehört. Alberne Sachen waren, der zeigt ja manchmal so mit Elten die komischsten Dinger, das ist so... Nja, ha, 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 Wo bist du denn? Da. Vier. Vier. Wer kennt ihn da? Ja, wo ist der Champagner? Hausübernahme. Ich hab grad so einen Stress. Mit Kartenstein. Immer ohne Champagner, ohne vorne.